Sven Rutter, Yachtkompass, moin moin und hallo zusammen. Ich wollte euch heute über ein neues Angebot informieren, nämlich ein Praxistraining zum Thema elektronische Navigation, das ich gerne mit euch durchführen möchte. Das gibt es als Ergänzung zu meinen bisherigen Seminaren und hier geht es wirklich darum, dass wir uns an Bord an der Ziege in den Yacht treffen und dort die gesamte Navigationselektronik, die dort vorhanden ist, einmal ausprobieren können. Wir können mit dem Radar arbeiten, wir können mit dem AIS arbeiten, wir können mit der elektronischen SIG-Karte arbeiten und anschauen, was es alles für Funktionen da gibt. Wir können natürlich die Satellitennavigation bis ins Detail angucken. Und diesmal werde ich weniger über theoretische Hintergründe und Hintergrundwissen erzählen, sondern dafür geht es mir darum, dass man sich ausprobieren kann an dieser hervorragend ausgestatteten Yacht mit ihrer umfangreichen Navigationselektronik. Und ich bin oft gefragt worden in meinen anderen Seminaren, ob es diese Möglichkeit immer gibt, da sozusagen selber dran rumzuspielen und die möchte ich hiermit gerne schaffen. Wer weitergehend sich über einzelne Dinge informieren möchte, wie Radar oder AIS oder Ähnliches, dem empfehle ich weiterhin meine Grundlagen und vertiefenden Seminare dazu. Und das soll einfach hinterher ein rundes Paket geben. Wir treffen uns im Hamburger Hafen, das ist einer der größten Industriehäfen der Welt, wo es einfach ganz viele Radar- und AIS-Ziele gibt, die um uns herum tanzen werden, sodass wir uns das alles wirklich eingehend anschauen können. Und ja, würde mich freuen, euch da zu treffen. Danke. Tschüss.